Ruhe hier im Saal Der Richter dankt dem Vater Danke Hab genug gehört Kann hier schlafen, nicht? Wie soll das gehen in der Gesellschaft hier? Die eine röchelt, eine weint, die dritte, jede halbe Stunde geht aufs Klo mit diesem Gegestell Was mich von Oma trennt, kann nicht der Tod der Wahrheit sein, der irgendwann in diesen 60 Jahren Epoche, die uns trennt, geschehen, angeblich Muss, wie es scheint, vielmehr ein Scheintod Und kann das nur gewesen sein, der Postmoderne widersprechen muss sich sitzend